hallo meine damen und herren und willkommen zurück zur news news super mario sunshine das wollte ich sagen und letztens haben wir zwei sterne hier holt zwei sonnen meine herren aus oder was anderes auf jeden fall zwei sonnen geholt bei monte bianco und nun geht es auf zum geheimnis der hügelhöhle kurz die vorschau angucken damit wir auch wissen wohin wir müssen da gibt es auch ein wunderbares schild okay sollte nicht schwer zu finden sein wenn man was richtig macht kurz wechseln und go warum sind zum beispiel jetzt keine münzen mehr hier früher sind die münzen gewesen als ich und auch mit springen jetzt aber auch nicht mehr nein 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 okay dass ich würde ich sehe sie schon mal frage wie komme ich da hin so glaube ich nicht löse glaube ich ehrlich ich glaube ich auch nicht okay gehen wir noch raus ich glaube ich weiß wenn ich muss und zwar da entlang ups da entlang komm schon komm schon danke wow was macht die denn hier kann ich euch irgendwie abneilen alter mach weg mach das weg mach das weg mach das weg mach das weg schade geht nicht mehr auf jeden fall habe ich mir gedacht ich sollte mal darauf gehen das wird vielleicht was bringen nein außer man fährt hier runter dann wird das weg nicht mehr so viel dankeschön jetzt aber komm hä wie habe ich das denn gemacht wie hat sich so in der luft gedreht wie crash das weiß ich nicht verrückt hä ah verrückt was sie eingebaut haben wenn ich den anderen loks hier oder so nach links und rechts schüttler ja hä wieso komme ich jetzt da nicht mehr hoch mach ich irgendwas anderes ach so ich glaube ich weiß was ich anders mache ich weiß ob ich jetzt mal hier hoch gehen vielleicht klappt es dann besser ah ich habe angst oh mein gott hä jetzt komme ich da aber auch nicht hoch wie komme ich da hoch ich weiß es nicht oder reicht das nein das reicht nicht ah nein komm schon das reicht doch hä war diese Hülle nicht da oder weiß ich woanders nein die war da das bestimmt das ist jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen hm hm okay ich weiß jetzt wie sag mir das doch gleich leute und zwar von hier nach da nach da zeug dir einen Fall nach rechts den ich gerade entdeckt habe hallo wieso glaubte drei sprung nicht mehr nach da oben und von da aus nur nach da ok war gar kein so groß Problem wie ich erst mal dachte was ist da los hä was ist das alter die musik ist geil ich feiere gerade die musik alter die a ca so eine a cappella version davon das ist ja geil das hört sich richtig hammer an ohne witz jetzt ich höre das zum ersten mal haha geil hey ich dachte ich hätte die ersten zwei Welten gemacht warum habe ich das noch nicht mitgekriegt nein ich bin auf dem Fall gestorben Arrivederci aber die musik ist geil pf alter a cappella kling ist ja hammer ah ja und anscheinend wurde uns der chat pack geklaut deswegen müssen wir es als normalo hier durch ohne irgendwie weitere Hilfe hoch oh mein Gott ok was haben wir die zwei Stehe oder oh den habe ich nicht kommen sehen man es ist die musik die lenkt mich so sehr ja oh mein Gott scheiße nein die sind schwer die Level warum ist das so schwer ja und ich werde davon gibt es immer so eine Challenge in jeder Welt das sieht nämlich schon so aus das ist so bei der Dark Mario in jeder Welt einmal das Jetpack klaut und wir müssen ohne durch achso hä wieso volle ich jetzt runter Game Over dass ich das auch mal sehe äh spiele fortsetzen natürlich tolles können wir nochmal hingehen ne eeeeee bescheuert ja ja pizza delphino blablabla huch in die Partikel aufgelöst und ins Level rein ok jetzt weiß ich wenigstens wenn der hinkommt hallo ok ja 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 schon klar dann springen wir mal los nja komm schon ich liebe es einfach wie man mit der Welt einfach so schweben kann und so das finde ich geil an diesem Mario das wurde wunderschön gemacht wunderschön mit dieser Jetpack ich sehe nichts ok ich sehe was und wenn man keinen Falsschaden oder sowas fällt mir das so auf ich höre es doch wohl sofort ein oder ja gut ja komm Clowns das Ding tschö das fühle ich gut ich weiß nicht warum aber ich fühle es gerade wirklich gut ich meine ich lebe den Mario Themesong so hallo der ist gerade von automatisch nach rechts gegangen ich schwöre ich war das nicht ich schwöre es ich bin nicht nach rechts gegangen das ist unfair ich kann es nicht beweisen ich bin toll ich bin zu schnell ich bin zu schnell ich bin zu schnell ich will das alles zu schnell machen ich muss langsamer werden langsamer werden langsamer werden langsamer werden ja ich bin total langsam ich sehe das sieht man schon hoch hoch fast der Quitsch nein boah fast schon wieder verkackt wieso gibt es hier den Hengsprung nicht warte ich habe Angst oh mein Gott oh mein Gott von irgendwas werde ich runter geschossen oder boah ich lebe noch nein das ist der Sonne ich wollte schon wieder Stern sagen deswegen der Stern und der Sonne und so weiter dann ist das alles fusioniert und dann ein Leben vielleicht habe ich auch dran vielleicht habe ich auch dran jay nein das gibt es nicht das ist jetzt peinlich das ist jetzt einfach nur peinlich ich gebe es zu, alter oh ich schäme mich das hochladen zu müssen, alter wir haben auch bis jetzt noch keine einzige Sonne gekriegt achja kann ja mal nein eben nicht diesmal rette ich mich ich will nicht nochmal ich will nicht nochmal sterben und jetzt springe ich einfach weiter, komm es ist leichter so endlich mal eine Sonne gekriegt geil sicher noch weiter komm aber eine Sonne mache ich noch haben wir schon vier hallo jetzt haben wir aber unseren Jetpack wieder, oder? jo, haben wir das Bootshaus im Westen der Stadt ist verschwunden die hiesige Polizei ist auch des geholften Auftretens merkwürdiger Ereignisse in letzter Zeit überfordert und bittet die Bevölkerung um Geduld bei der Aufklärung okay dann warten wir mal ab Montebianco mit das Dorf der Roten ach ne, rote Münzen gibt es ja auch stimmt, gibt es ja schön dann gibt es vielleicht auch 100 Münzen hallo, rote Münzen hallo, rote Münzen das geht nooo hallo danke hallo da ist die erste da ist die erste danke 1, 2 und 8 auch 8 rote Münzen gut 8 ist ne schöne Zahl 3 ich seh schon 4 und 5 au 6 seh ich auch ah, das kommt nicht jetzt aber, komm jawollo du bist mein Junge Mario mein Junge boah fast hab ich mir diese Elektro-Dinge gekriegt ah, und 7 und 8 seh ich auch frage jetzt nur, ob ich au der Wind hab mich verlässt der Wind ist böse au hä, nichts passiert komm ich da hoch? nein, so komm ich da auf jeden Fall nicht hoch die Frage ist, wo soll ich jetzt hochgehen, damit ich da hochkomme hier hoch vielleicht oh mein Gott, der Wind schon wieder, der Wind schon wieder der Wind ach, der Wind hat mich oh der Winter komm, es wird Zeit, dass ich die Sympathie beende, komm jetzt ehrlich jetzt 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 aber jetzt aber hier, Rombazamba und so was für das Zufugel denn hilfst du mir vielleicht? ich weiß es gar nicht hä? das Ding dreht sich ja vielleicht kann ich ja wechseln und dann oh was präme jetzt aber hier sieben aber es kann nicht sein, dass es hier 100 Münzen gibt weil die roten Münzen zählen zum Beispiel nicht als gelbe Münzen und deswegen wäre das ganz schön schwierig so, haben wir mal wieder eine blaue Münze kassiert und ich habe gerade ganz schön wenig Power äh, Power ist eigentlich Wasser würde ich gerne nachladen hallo, nachladen was kann man noch an den blauen Boxen da ja, ich glaube an den kann man nachladen yo ja und hier gibt es noch diese roten Boxen, wie man gesehen hat, aber die muss man erstmal freischalten also, diese Jetpack hat noch mehr Funktion epic heißi, heißi, heißi hohohohohohohoho-hohoho-hoho-hoho-hohoh-hoho weiss nicht, wo ich bin Spring! Gut wo drei oder der Astoff zumus nochmal? dahinten, okay supposed to boah, die blaue kriege ich, die blaue kriege ich perfekt die rote gerettet aber sowas von wo ist der ständis aufgetaucht i have no idea weil ich gerade nicht aufgepasst habe ist da unten aufgetaucht oben geradeaus da drinnen hallo wo ist er denn ich dachte da wäre irgendwo sicher aufgetaucht aber ich sehe ihn irgendwo warte ich höre ihn glänzen ah da oben steht ich höre ihn glänzen aber ich sehe ihn nicht hallo wo glänzt du denn ich glaube da drin kann das sein wo glänzt das weg scheiße ich finde ich den stern nicht hallo stern ich finde ihn nicht hallo er glänzt doch irgendwo aber wo hallo okay egal ich bin in der partie erstmal ich hole den stern äh die bünde die sonne im nächsten part bis demnächst und tschüss Untertitelung des ZDF, 2020